Der Newsflash präsentiert von Ergo. Porsche treibt den Boxster zu Spitzenleistungen und macht aus dem Fashion Roadster einen handfesten Spider. Der Spider ist das neue Spitzmodell der Boxster-Reihe und verfügt über einen Mittelmotor mit 375 PS. Der 3,8 Liter Sechszylinder wird auch im GT4-Modell des Porsche Cayman eingesetzt und versetzt sogar manch neuen Elfer in Angst und Schrecken. In 4,5 Sekunden ist im Spider die Tempo 100 Marke erreicht und bei geschlossenem Verdeck lauft der sagenhafte 290 kmh. Auch optisch wurde der Spider aufgewertet. Neben sogenannten Streamlinern, die sich hinter den Kopfstützen über die Heckklappe ziehen, wurde auch der Überrollbügel neu verkleidet. Das Verdeck ist beim Spider aus Gewichtsgründen manuell bedienbar und soll aus Reminiszenz an frühe Spider-Modelle erinnern. Komfortfeatures wie Radio und Klimaanlage fehlen komplett, können aber optional geordert werden. Die Preise starten bei 100.000 Euro. Der Verkaufsstart ist im Juli 2015. Die Preise starten bei 100.000 Euro. Der Verkaufsstart ist im Juli 2015.